Ja, willkommen damit zum Bang-Bang-Racing. Ein lustiger Name, aber es macht einem wirklich halt nicht Spaß. Wir haben das, wir spielen es für euch einfach mal ein bisschen an. Ihr seht, leider nur ein freies Spiel. Und da können wir uns auch noch den Modus aus und hinnehmen. Einfach mal den Standardmodus haben, eine Strecke zur Auswahl. Leider auch nur eine Klasse. Können die Rundenzahl ändern, wir machen, dass man auf die Wagen und Scheibe 10 Runden. Und die KI, sagen wir mal, bleibt normal. So, zwei Wagen zur Auswahl. Wir nehmen mal den. So, hier seht ihr die ganz kurze Betastenscheuerung. Beschleunigen, links, rechts, lenken. Shift-Nedrohen, Steuerung ist in der Hämse. So, wir können natürlich auch noch ein bisschen in die Reparatur gehen, dazu müssen wir dann in die Box gehen. Aber das ist noch nicht so richtig. Wir wollen starten. Und damit ist uns los. Und damit ist uns los. Und dann sind wir für r emphasizing. Schnellen, der dann in die Box wird an der Presse behandelatet. Und soprlos muss uns irgendeinen consuming. Ist nicht so richtig ab pour Leben oder 그렇게 undrecklich? Ein overarching Abortums ist die Bundraute sehen. Der dann genau die Bilgerum war alles rum. Versensation hat uns beschwert. Der dann auch noch euch, wobula. Da geht wir, wenn sie vers건 bathen... Der dann nicht zuschauen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.